Hey, wir sind in Hamburg in der berühmten Waletowski Galerie in der Europa Passage und ich habe dieses große Vergnügen hier auszustellen, ab heute bis zum 21. Dezember und das großartige ist, ich bin der Erste, der hier eine Einzelausstellung hat, also wenn ihr wissen wollt, was es hier gibt, da kommt ihr einfach vorbei, fühlt euch frei, es sind ganz unterschiedliche Stile, unterschiedliche Größen und unterschiedliche Preise, es ist für jeden was dabei, ich würde mich freuen, frohes Fest, fröhliche Weihnachten und guten Wunsch. Ciao.